Ich, 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 das nervt mich total, weil das so null dem entspricht, wofür ich lebe, was ich bin. Und dieses Zerrbild auch, was Hater ja oft produzieren. Über 90 Prozent meiner Anzeigen laufen ins Leere. Ich kriege immer von den Gerichten zurück, der Täter ist nicht ermittelbar oder das handelt sich um meine Meinungsfreiheit und vieles mehr. Und das muss endlich ein Ende haben, damit Menschen sich auch im Netz frei bewegen können. Dass ich dumm und unqualifiziert bin und nichts kann, das haftet ein bisschen an mir und das hasse ich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!